Moin Moin und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Thierry und wir spielen jetzt Minecraft. Juhu. Ja, letzte Folge hatte ich eigentlich vor, diesen thermoelektrischen Generator zu bauen. Aber da fehlt mir Stahl. Äh, von daher ist das erstmal ein bisschen hinfällig, weil für Stahl müssen wir, glaube ich, einen Hochofen bauen. Ähm, wenn wir das nicht genau, Blasvernüsse, Hochofen, hm, von daher ist das leider nicht so das, was ich bauen wollte. Also, machen wir nochmal zu. Aufgehoben ist, nicht aufgeschoben, oder wie sagt man, ähm, Lava legen wir zurück. Das Büchlein zücken wir nochmal. Aber was kann man denn für Generator denn noch bauen? Ähm, das funktioniert nicht. Ähm, Energieerzeugung. Ja, mit einer Windmühle. Das war eh unsere Aufgabe, glaube ich. Und Wasserrad. Ich möchte gerne eher ein Wasserrad bauen. Wenn ich ganz ehrlich bin. Und Wasserrad. Ähm, dafür brauchen wir... Dich, bitteschön. Dich, 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 dich. Ja. Kryozotflasche. Kryozot. Und Guckerei. Siegel, Ton und Sand. Okay. Siegel, Ton und Sand. Ton habe ich hier schmol. Gut. Dann müssen wir mal... ... 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 Also, denn mal los. Wasser war... ... ... ... ... Ausgerechnet jetzt geht die Sonne unter. Mähn, mähn, mähn. Guck ich hier nochmal im Wasser. Laut Karte ist hier Wasser. Aber kein... ...Hähm. Schade. Gut, dann gehen wir mal zurück. Einmal schlafen. Und dann suchen wir mal weiter. Ne, Hühnchen? Jo, 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 jo. Was gibt's denn da zum Meckern? So, Sand brauchen wir auch. Meine Schaufel geht auch zugrunde. Ein bisschen können wir noch sammeln, die ersten Monster kommen. Aber bis jetzt ist das noch ungefährlich. Bis jetzt ist das alles noch ungefährlich. Zack, zack, zack. Ja, machen wir den Steck voll und dann gehen wir nach Hause. Ja. Zack. So, einmal schlafen bitte. Einmal ins Bette hüpfen. So. Mit O. Das ist nicht viel. Ähm, 16. 16. 16. 16. 16. Machen wir 24 voll. Genau. Für Ziegeln. 1. 2. Dich packe ich erst mal hier oben hin. Den brauche ich einmal. 2 mal Steine. Obwohl einmal zu viel. Jetzt packe ich wieder alles rein da. So. Zack. Zack, 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 zack. So. Schwert gezückt. Haben wir hier Ton? Äh. Ja, hallo. Grüß Gott. Ja, du wirst mich jetzt nicht umbringen, ne? Danke. Zack. Ähm. Da, danke. Einmal nach Osten, bitte. Zack. So. Vielleicht haben wir hier Erfolg. Da haben wir hier nix. Ich würde mal sagen, nein. Hm. Echt nicht. Überhaupt kein Ton. Okay. Denn nicht. Hm. Hallo. Guten Tag. Und weg. Zack, zack, zack. Zack. Ähm. Vielleicht Lava. Hier ist auch Lava, ne? Siehst. Gut zu wissen. Einmal kurz mal nach Süden gehen. Zack. Komme ich hier durch, jo. Zack. Hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf. Mh. Und da. Da haben wir was. Und einmal hüpfen. Juhu. Und tot. So. Hier haben wir schon was. Tun, tun. Alles schön einsammeln. Nix wollen wir hier lassen. Da haben wir auch noch was. Zack, zack, zack. Genau. Genau. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. so ja ich hab das auch im kuss an der luft dankeschön was war da noch ne alles eingesammelt gut 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 tun wir mal so dass hier keiner hier war alles gut so das können wir auch schon mal einsammeln so können wir das nicht machen das brauchen wir zwar noch nicht aber es was ganz spät wenn wir mit trägen kraft beginnen dann brauchen wir das zack so wollte gerade schon sagen schon wieder dunkel zack 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 So, und dann geht's jetzt ab nach Hause. Nur einmal gucken. Nur einmal gucken. Ja, Ton findest du ja auch. Alles gut. Alles gut. So, ab nach Hause. Hüpf, hüpf, hüpf. Ich hab da eigentlich nichts am Essen mehr. So, ähm, nee. Da lang muss ich. Zack. Da ist mein Häuslein. Ton. Ton. Auch mit. Dankeschön. Der Rest sind Steine. Brauchen wir nicht. Haben wir genug Sausen. Gut, 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 gut. Hier können wir einmal alles abernten. Zack. Zack, 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 zack. Davon brauchen wir auch bald auchn was. Ähm, einmal alles ernten. Gut, den Eimer rein mit der. So, dann gucken wir mal, was wir hier lassen können. Ähm, die können wir alles mal da hinpacken. So. Sand brauchen wir nochmal. Siegel haben für so viel. Da muss ich kurz mal gucken, wie das gemacht wird. So. Zwölf. Ähm. Nee, reicht nicht. Reicht nicht. Weißt du was, machen wir hier einmal voll. Dann helfen wir dir auch mal ein bisschen. Einmal teilen. So. So. Dann könnten wir das schon mal ein bisschen aufbauen oder schlafen. Schlafen wir es noch nicht. Vielleicht kann ich mal überlegen, wo wir das hinstellen wollen. Ähm. Könnten wir ja hier hinstellen. Genau. Zack, 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 zack. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, sechs, neun. Zack, zack. Ich könnte mir hier mal längsebenen. Bisschen gerade machen. Gut. Bisschen schlafen. Bisschen schlafen. Dich schon mal einmal sammeln. Brauchen wir mal. Nicht. Weiß ja, wir können so machen. So. Ähm. Das reicht noch lange noch nicht. Ich brauche noch mehr. Zack. Eins. Sieben Stück. Dann brauche ich noch ein bisschen Sand. Sieben Stück. Ne. Zwei. Vier. Sechs. Sieben. Viel Sand. Genau. Steine. Das haben wir. Dann würde ich mal sagen, müsste reichen. Na, einmal müssen wir noch. Halt. Ein Tiefer bitte. Möchte ich gerne herstellen. Super, danke. So, haben wir fast die erste Maschine, ist das ja nicht, aber das haben wir schon mal fertig. Dann brauchen wir den Hammer, weil hier müssen wir eigentlich einen Rechtsklick drauf machen. Und zwar hier. Da-dum. Super. Den brauchen wir Kohle. Ähm. Überlegen. Dann machen wir auch noch eins. So. Bitte brennen. Gut. Dann haben wir den ersten Weg zum Stromerzeugung, glaube ich, geschafft. Ich werde mir noch was zum Essen machen. Dann haben wir noch ein bisschen Holz. Jo, haben wir. Ich glaube, das reicht wieder mal nicht. Komm, brennen, hinne. Jam, 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 jam. Mh, lecker. Doch, reicht. So. So. So weit, so gut. Dann würde ich mal sagen, würde ich jetzt mal sagen, tschüss, bis zur nächsten Folge. Bye, bye.